Ja, zum Umweltschutz gehört natürlich auch die Nachhaltigkeit. Bei uns im Kanusport ist es so, dass die Boote natürlich High End sind und wir Topfahrer kriegen natürlich immer das neueste Material, aber dieses wird nach unseren Wettkämpfen so nicht einfach weggeschmissen, sondern an die Jüngeren weitergegeben, dass die dann unser Material zur Verfügung haben. Das heißt, unsere Boote werden jahrzehntelang gefahren und das gehört auch mit zu Umweltschutz.